Eine Rolle ist ein gutes Stichwort. Sie hatten schon wahrlich viele, viele Rollen. Können Sie sich noch an so, oder gibt es einen schönsten Moment in Ihrer Karriere? Ja, es gibt einige ganz, ganz tolle Momente natürlich. Das ist ganz klar, wenn man also, wenn das so vor der Kamera, wenn das so richtig funktioniert, wenn man also so mit jemandem zusammengearbeitet hat, wo also diese Chemistry richtig da war. Natürlich auch mein Regisseur und so. Und ich war ja in der glücklichen Lage mit wirklich ganz, ganz vielen, ganz besonders tollen Regisseuren zusammenzuarbeiten. Und auch natürlich Kollegen. Wenn man so viel erreicht hat in der Karriere, poppt da immer noch was hoch? Wünsche und Träume, das würde ich mir noch wünschen, das könnte noch gerne mal passieren? Ja, man versucht natürlich immer wieder sein Bestes zu geben, das ist ganz, ganz klar. Und ich habe noch nicht aufgegeben, also ich will immer noch weiter arbeiten und kommen ja auch immer interessante Aufgaben noch auf mich zu. Also insofern ist das, ja, ich bin noch drin, sagen wir mal so. Ich habe mich noch nicht zur Ruhe gesetzt.